Nach sechs Jahren melden sich Limbiscuit nicht nur in Originalbesetzung, sondern auch mit ihrem neuen Album Gold Cobra zurück. Unmittelbar nach dem Auftritt in Oberhausen durften wir einen Blick in ihre Garderobe werfen und sprachen mit Wes Borland und Fred Durst. Ja, das ist jetzt eine etwas ungewöhnliche Perspektive, die ihr jetzt hier zu sehen bekommt. Mein Name ist Verena und heute habe ich Wes von Limbiscuit neben mir sitzen, der sich gerade nach dem Auftritt umzieht. Wes, wie lange dauert es, all diese Make-up aufzunehmen? Wow, das fühlt sich gut auszunehmen. Es ist ungefähr eine Stunde, eine halbe oder zwei Stunden, und dann ungefähr 45 Minuten umzunehmen, aber wahrscheinlich ein bisschen länger heute, seit wir gesprochen haben. Wann entscheidest du, was zu kaufen? Ich denke, es ist normalerweise all den Tag oder die Nacht bevor, welche Kombinationen von den Dingen, die ich habe, die ich zusammenfassen werde. Und wenn ich zum Beispiel etwas weißes oder eine andere Farbe werde, oder ich habe etwas verrücktes Material, die wie Tiere, und ich weiß nicht, es ist einfach so wichtig. Und es ist normalerweise nie mehr organisiert als das. Es ist einfach nur ein Mist, weil es so viele Sachen gibt. Aber nicht nur bei Live-Auftritten, sondern auch im neuen Video zu Gold Cobra trägt Wes verschiedene Outfits. Doch wann hat das Ganze angefangen und woher kommen diese verrückten Outfits? Hast du den Stil, den du dein eigenes Stil verwendest? Ja, ich mache das. Und ich habe es angefangen, einfach nur aus dem Dauer auf der Tour zu haben. Es gab nichts zu machen während des Tages, wenn wir eine Crew bekommen und die Leute haben, unsere Herkunft und alles. Also habe ich angefangen, so ich habe angefangen, wie ich etwas Kleines, etwas Kleines, und ein kleines Kleines, oder ein kleines Kleines, oder ein kleines, oder eine Maske. Und dann, als die Jahre weitergehen, und dann, es ist einfach, wie es so groß ist, und es wird größer, und größer, und größer. Und jetzt habe ich dieses ridiculous, Portable Closet, mit einem Kleines, mit einem Kleines, und Kostüme, Maske, und Boots, und crazy Wigs, und, ich meine, ich versuche, etwas anders zu machen. Aber nicht nur hinsichtlich seiner Stylings zeigt Wes Borland eine kreative Ader. Auch bei den Cover-Artworks hat er tatkräftige Unterstützung geleistet. Mit Ausnahme von Results May Vary sind alle von ihm in Zusammenarbeit mit Fred Durst entworfen worden. Wes, du hast das Cover-Artwork auf Gold Cobra gebaut. Can you tell us something about it? Well, Fred and I, you know, come up with all the concepts together, and then I'll, you know, try to, for the cover, Fred did the logo, and then I did the painting, and we talked, I think for Gold Cobra there were maybe five different covers, like ideas that we did, and we ended up picking that one, because it was the most ridiculous one that we could think of at the time. Usually all the artwork that we ever, that we do for Limp Bizkit, none of it's that well thought out. every single piece, or painting will usually, the concept happens in about, what do you say Fred, like 15 seconds? Yeah, like, hey man, how about some girls, making out with each other on the cover? How about three girls? Jerking off or something. Yeah, pretty girls. And then like a guy in the back. Three girls that look, pretty from afar, but close up, they look like, very scary, and there's a guy in the woods smelling his finger, and pirate shit. Yeah, and we'll just throw out a bunch of stuff, and in about 15 or 20 seconds we have an idea, and then in three days after that we have a painting, and then we look at it and say, that's great, that's terrible, that doesn't work, so. Was bei Limp Bizkit in jedem Fall funktioniert, sind die energiegeladenen Liveshows. Doch wie werden die neuen Songs, die musikalisch gesehen, wieder mehr in Richtung Chocolate Starfish and the Hard Dog Flavored Water gehen, vom Publikum aufgenommen? Was, you had the show tonight here in Oberhausen. How was it? I thought it was great. We're still kind of in shock from being on stage, and this is the first time I've ever talked to someone immediately after the show. But, I'm very thankful for that. Well, thanks. I thought the crowd was a bit too focused on the new songs. Is that right? Did you feel the same? Yeah, I think, I don't know. I think we, I think they were happy to have, maybe to hear the new stuff, and we were just talking about it when we got, before you guys came in, that maybe we were gonna mix the old and new songs up, instead of playing a lot of them at the beginning. But we don't know. It's, they're new songs, so, and people, it would be, you know, stupid for us not to play the old songs, because people, I don't know. I've got so much stuff on me, that I can't even see the crowd most nights. Thank you for the show interview. Thanks. I hope you have a nice night. This looks like a facehugger from Aliens. You've got likeentines交際s. Cheers. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017